Alle Stochern im Nebel, wir auch ein bisschen. Und ich hoffe, wir finden jetzt in der zweiten Runde vom Andruck, unserem Pressetalk, jeden Sonntag eine Fastlösung. Wir wollen mal sehen, wie es aussieht. Und das diskutieren mit mir heute Rainer Zweigler von der Ostsee-Zeitung, Markus Gabitz von Stuttgarter Nachrichten. Sorry, wenn ich eben Stuttgarter Zeitung gesagt habe, es ist natürlich Stuttgarter Nachrichten. Und Daniel Goffert vom Fokus, sitzt in München, aber bald mit der Zentralredaktion, die ich gelesen habe, auch in Berlin. Ein großer Teil der Redaktion zieht nach Berlin. Zieht nach Berlin, da wo sie auch eigentlich hingehört. Zumindest der politische Teil, genau. Wie sieht es aus? Wir haben Rot-Rot-Grün diskutiert, das haken wir jetzt mal ab, Herr Zweigler. SPD-Sondierung, alle sind ja hier doch im Grunde genommen, am Ende sehen wir die große Koalition. Aber wie sicher ist das, wenn die Basis nicht mitspielt? Wir haben es ja eben vor der Pause schon angesprochen. Wo sind die gefährlichen Wendungen, Ecken und Fallen? Das ist jetzt ein Ritt auf der Rasierklinge, was die dort machen. Der Gabriel legt sich interessanterweise natürlich nicht fest, keine Frage, weil er weiß, wenn er einen Koalitionsvertrag aushandelt, der dann von der Basis rasiert wird, dann ist er weg. Wird er auch rasiert. Das ist völlig klar, dann wird er auch rasiert, klar. Ja, dennoch gibt es so ein paar Punkte, wo man sagen muss, da müssten sich natürlich einigen. Ich rede mal nicht über Euro-Rettung und viele andere Fragen, dass wir auch international uns sozusagen in den Senkel stellen, wenn wir keine ordentliche Regierung zustande bekommen. Wir sind ja nicht in Italien. Also die Erwartungen sind auch international riesengroß. Die Erwartungen der Bevölkerung sind riesengroß. Ich glaube, das sind fast zwei Drittel, die sagen, große Koalition, das ist es, das muss auch kommen. Ganz wichtig ist ja, dass man, wenn es eine große Koalition gäbe, hat die ja dann sozusagen den Bundesrat nicht mehr gegen sich. Das war ja ein bisschen so. Also Schwarz-Gelb musste immer gegen einen mehr oder weniger Rot-Grün-dominierten Bundesrat regieren. Das wäre ja bei der Wiederauflage von Schwarz-Gelb auch so gewesen. Insofern deuten viele Zeichen darauf hin. Aber der Weg dorthin ist so furchtbar schwer. Man braucht etwas für die SPD, wo sie sagen kann, das und das ist unseres. Das haben wir unseres. Was ist das? Es reichen sich ja Sachen ab. Das eine ist, glaube ich, es gab zwei ganz große Themen. Das eine war das Thema Steuererhöhung auf Seiten der SPD. Und das andere Thema ist die Frage soziale Gerechtigkeit, Stichwort Mindestlohn. Und das haben wir ja nun auch gesehen in den Sondierungsgesprächen letzte Woche Freitag. Es gibt ja Möglichkeiten, da Kompromisse zu finden. Das heißt, wir werden mit Sicherheit eine Art von Mindestlohn bekommen. Da wird die CDU nachgeben. Die CDU wird, glaube ich, auch nachgeben bei den ganzen Themen Kündigungsschutz, bei den ganzen Themen Leiharbeit, bei den ganzen Themen Gleichbezahlung von Mann und Frau. Und man tritt von Merkel in die SPD ein? Ja gut, aber das ist halt der Preis, wenn Sie eine Koalition bilden. Und da wird die CDU nachgeben. Und die SPD hat, glaube ich, verstanden, dass die CDU ihr Wahlversprechen nicht brechen kann. Nicht mit dem Ergebnis. So, dann geht es um die Frage, Steuererhöhungen sind ja kein Selbstzweck. Aber wo kriegt man das Geld her, um die Projekte umzusetzen, die der SPD wichtig sind? So, und dann wird es wahrscheinlich Verschiebungen geben von Länderaufgaben zu Bundesaufgaben. Diese Regierung, das darf man nicht vergessen, hat eine Zweidrittelmehrheit. Das heißt, eine verfassungsändernde Mehrheit. Sie können eine Menge Dinge ändern. Also eine schwarz-rote hätte zwei, drei. Eine schwarz-rote, ja. Also diese Regierung, die angestrebt wird. Ja, das meinte ich damit. Also insofern gibt es da eine Menge Möglichkeiten. Ich glaube, die Einigungschancen sind relativ hoch. Das Problem ist wirklich die Zustimmung der Basis. Und da setzt jetzt so eine Art dynamischer Prozess an. Man muss ja mal sehen, die Leute sind erst mal frustriert. Dann dürfen die jetzt alle ihren Frust mal lauflassen. Das ist das, was sie im Moment hören. Da kommt der große Widerstand. Dann fängt man vielleicht irgendwann an zu denken, okay, was haben die ausgehandelt. Wenn ein paar wichtige Themen herauskommen, das besänftet auch die Gemüter. Dann hat man vielleicht nach vier, fünf Wochen begriffen, was ist die Alternative? Schwarz-Grün, dann hat die SPD den einzigen verbleibenden strategischen Partner verloren. Oder Neuwahl, dann gute Verrichtungen auf Seiten der SPD, weil dann kommt die FDP wieder rein, die AfD und die SPD wird vielleicht unter 20 Prozent singen. Ergo, wenn man das mal dann alles erkennt, wenn der Kopf wieder ein bisschen nüchtern und der Frust etwas verflogen ist, wird man auch zustimmen. Letztes Argument, Frau Kraft, die den Widerstand derzeit anführt, ist Teil der Verhandlungsdelegation. Das heißt, sie wird sich ja näher hinstellen, neben Herrn Gabriel, neben die Generalsekretärin Nahles und sagen... Oh, unter großen Bauchschmerzen musste ich zustimmen. Ja, und liebe Freunde, stimmt bitte zu, ich habe es mit ausgehandelt. Und dann möchte ich sehen, dass die SPD die Vorsitzende in NRW abräumt, den Bundesvorsitzenden abräumt und die Generalsekretärin gleich. Das glauben wir ja nun alle nicht, Herr Graves, dass das so kommt. Das ist so. Man muss auch mal sehen, selbst Frau Kraft hat massives Interesse an einer großen Koalition. Bei ihr schlagen so ein bisschen zwei Herzen in einer Brust. Einerseits wäre es natürlich für sie verlockend, wenn im Bund die Grünen mitregieren. Dann kann man aus Nordrhein-Westfalen, wo ja die Dinge auch nicht richtig gut laufen, also die haben massive Schwierigkeiten im Haushalt, immer sagen, Berlin ist schuld. Das heißt, wenn wir Rot-Schwarz-Grün bekommen, hat sie diese Option nicht mehr. Und andererseits benötigt sie einen sozialdemokratischen Finanzminister, weil... Den wird es aber nicht geben. Aber sie braucht die Sozialdemokratie mit in der Regierung, weil sie ein Finanzproblem hat. In der Regierung, ja. Genauso im Übrigen wie Nils Schmidt in Baden-Württemberg. Jetzt mit dem wäre ja verrückt, wenn sie einen Finanzminister anstreben würde. Das ist vielleicht ein anderes. Diese Regierung muss die Schuldenbremse einhalten. Das wird quietschen, vor allem bei den Ländern. Und dieser Finanzminister wird eine Menge unpopulärer Sachen machen müssen. Ich erinnere nur noch mal an das Thema Europa. Unsere südeuropäischen Freunde haben nach wie vor große Löcher in den Kassen. Wir brauchen irgendwann Geld. Wir brauchen irgendwann Geld. Das muss der Finanzminister auch organisieren. Und die SPD wäre verrückt, wenn sie es machen würde. Wo könnte sich denn die SPD bewegen? Mindestlohn, das ist eben genannt worden. Mindestlohn, da stimme ich Ihnen völlig zu. Oder die CDU. Man kann sich bei Mindestlohn, Leiharbeit und solchen Sozialgeschichten, wird man sich wahrscheinlich verständigen können. Merkel ist im Grunde eine sozialdemokratische Kanzlerin. Auch bei Rente, das ist richtig. Auch bei Rente wird man sich verständigen. Da gibt es einen Prüfauftrag, Rente mit 67, alles sowas. Da muss man gar nicht viel machen. Das klingt ja alles ganz einfach, wie Sie das so sagen. Nein, 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 das ist ganz schwer. Details ist dann richtig, richtig Arbeit zu leisten. 25 Prozent der Arbeitsplätze in Osten liegen unter 8,50 Euro. Also so leicht ist es auch nicht mit dem Mindestlohn. Das ist ein Riesenproblem, wie man das handelt. Wie man das handelt. Ob man da vielleicht dann doch so eine Kommission macht, die dann befindet. Und im Osten ist ja alle, da komme ich ja mit dieser Lohnuntergrenze der Union und der FDP überhaupt nicht weiter. Das gibt es riesengroße Regionen. Längst unterschritten, nicht? Oder noch unterschritten. Es gibt da Tarifverträge, die sind bei 3, 4 Euro. Die sind seit 10, 15 Jahren nicht angefasst worden. Also da muss man schon was tun. Deshalb ist ja diese 8,50 Euro, das klingt ja so richtig wunderschön. Damit habe ich das Problem gelöst. Würde aber eine Menge Arbeitsplätze kosten. Möglicherweise, möglicherweise. Aber dort liegt noch sehr viel im Argen. Aber der Punkt, auf den ich kommen will, ist, die SPD braucht natürlich diese Steuerdebatte. Ist von beiden Seiten so hochgezogen worden. Lassen wir mal, die Steuererhöhung ist ja so allgemein. Es geht ja um eine Erhöhung, die vielleicht das oberste, was weiß ich, die obersten 5 bis 10 Prozent betrifft. Wenn man ab 100.000 Einkommen für den Alleinstehenden. Das ist ja nicht so wahnsinnig viel. Wenn ich das wunderschön verpacke und sage, dafür, mit diesem Geld, gehe ich nun endlich mal an die kalte Progression ran. Dann wäre das ja... Aber das haben Sie doch im Wahlkampf für alles gemacht. Wollen wir mal sehen. Da haben Sie festgelegt. Herr Seehofer hat sein Ehrenwort gegeben. Die kommen dann nicht da. Ich sehe es genauso. Der Seehofer ist wie er ist. Aber das überlegt er sich auch. Und ich sage Ihnen, auch nach diesen Gesprächen am Freitag, es wird keine Steuererhöhung geben. Was es geben wird, ist die Frage... Es wird Einnahmeverbesserungen geben. Da bin ich mir sicher. Was wird es geben? Es wird Einnahmeverbesserungen für den Staat geben. Ja gut, das ist eine andere Frage, wenn man nachher sagt, was streichen wir an Steuerprivilegien. Das Streichen von Steuerprivilegien ist am Ende ja immer eine Steuererhöhung. Das wollen doch schon alle Regierungen seit 40 Jahren, glaube ich. Ja, aber jetzt haben wir eine Regierung, wenn wir die Große Koalition haben, wie gesagt, zwei Drittel mehr, da kann man schon was machen. Aber schauen Sie mal, vielleicht steht ja im Koalitionsvertrag auch einfach drin, wer erhöhen die Steuern, wenn wir das Geld brauchen. Denn wir sehen, im Laufe der Legislaturperiode... Das verstößt ja auch gegen dieses Ehrenwort. Im Laufe der Legislaturperiode... Insofern ist das, glaube ich, eine ganz schlechte... Ja, nur ich meine, die Länder haben ein massives Problem. Ja, die Länder haben ein Problem, aber das ist doch nicht die Frage, weshalb die CDU dann ihre Wahl versprechen. Also woher das Geld holen? Frage an die drei. Die CDU ist doch ganz dabei. Sie geben ja völlig recht, dass es in der Grunde ist, Merkel ist eine sozialdemokratische Kanzlerin. Sie wird auch kein Problem damit haben, die Einnahmen, auf welcher Seite auch immer, auf welcher Stellschraube, an welcher Stellschraube sie auch immer drehen. Ich erinnere an 2005. Die gingen mit... Da ging Merkel damals in dem Wahlkampf zwei Prozent mehr, weil die SPD sagte null, rausgekommen ist drei. Es hat beide nicht geschadet. Das Ergebnis 23 Prozent für die SPD. Ja, richtig. Das heißt, der Bruch von Wahlversprechen bricht Ihnen das Genick, spätestens vier Jahre später an der Wahlurne. Deshalb sage ich ja, die SPD wird darauf bestehen, wir brauchen mehr Geld für den Staat. Ich sage es mal ganz platt, für die Straßen, für die Brücken, was es alles so gibt. Da kann sich ja auch die CDU nicht verschließen. Das ist ja auch eine Volkspartei. Ja, aber woher nehmen? Nochmal gefragt. Also das Geld... Woher nehmen, Herr Garwitz? Woher nehmen? Ich glaube auch nicht, dass die im Koalitionsvertrag jetzt Steuererhöhungen drinstehen. Ich glaube es einfach nicht. Weil die Merkel wird da nicht runterkommen von diesen Versprechungen, die sie gegeben hat. Andererseits wird es für sie im Laufe der Legislaturperiode schwierig werden. Finanziell schwierig werden. Weil Europa wird kommen. Wir werden für Griechenland vermutlich doch nochmal Geld ausgeben müssen, weil halt eben die Garantien gezogen werden. Und meine Prognose ist, jetzt keine Steuererhöhung, aber im Laufe der Legislaturperiode werden wir Steuererhöhungen sehen. Ich weiß nicht, ich meine, es macht glaube ich eher Sinn, jetzt vielleicht auch ein bisschen über dieses Prozedere sich nochmal zu unterhalten. Der Mitgliederbefragung, der SPD. Ich halte es für die SPD auch für eine sehr, sehr gefährliche Sache, jetzt eine Mitgliederbefragung zu machen, wo man dann nochmal über mehrere Wochen im Grunde das Land lähmt. Und unter Umständen kommt dann hinterher ein negatives Votum heraus. Das heißt also, die paar Menschen, die abgestimmt haben für die SPD... Ich glaube, das hat ja geschildert, wenn es im Ortsverein geschieht. Ja, das Verfahren ist durchaus eine Polatis. Aber ich glaube, wie gesagt, da wird die Zeit eine entscheidende Rolle spielen. Sie machen ja auch vorher das, was die Investoren immer eine Roadshow nennen. Das heißt, sie machen ja Regionalkonferenzen, gehen also durch das ganze Land, durch die ganze Führung. Sie streicheln die Mitglieder. Sie streicheln die Mitglieder. Dann darf da diskutiert werden. Dann wird das in schönsten Worten vorgestellt. Und wie gesagt, ich glaube, mit Ablauf der Zeit wächst die Einsicht, dass man keine Alternative hat. Das Ergebnis unserer Runde ist doch ganz einfach. Wer Wahlversprechen bricht, bricht sein eigenes Genick. Die zweite Frage ist, die wir noch nicht lösen können, die Regierung braucht Geld. Wahrscheinlich die neue Große Koalition braucht Geld. Wir wissen nicht, woher es kommt. Steuererhöhungen sind ausgeschlossen. Ich glaube, dass wir demnächst noch ein sehr heißes Thema hier haben. Wo kommt das Geld her, das die Regierung braucht? Jetzt kurze Antwort auf kurze Frage. Worauf tippen Sie? Wo stehen wir Weihnachten? Was wird dem deutschen Volk geschenkt? Welche Regierung? Wir haben eine schwarz-rote Regierung. Der Koalitionsvertrag ist wahrscheinlich unterzeichnet. Und wir stehen kurz nach der Wahl der neuen Kanzlerin, die die alte sein wird. Herr Grawitz? Ich schließe mich der Analyse an. Kurz und bündig. Sie natürlich auch. Ich würde da nicht dagegen sprechen. Ich glaube, wir werden eine neue Regierung haben aus SPD, CDU und CSU. Und sie wird dann im Jahr darauf eine Maut beschließen, damit noch ein bisschen Geld reinkommt. Ja, das müssen Sie natürlich sagen. Ihre Redaktion sitzt noch in München. Und da sitzt jemand, der unbedingt die Maut haben will. Das stimmt. Sind Sie persönlich dafür? Ich fahre meistens Fahrradmusiker. Eine kluge Antwort. Ich bedanke mich bei Ihnen, Rainer Zweigler von der Ostsee-Zeitung, Markus Grawitz von Stuttgarter Nachrichten und Daniel Goffert vom Fokus. Und ich hoffe, Sie liefern uns weiterhin so gute Analysen über das, was geschieht. Und ich hoffe in unserem gemeinsamen Sinne, dass wir eine stabile Regierung bekommen. Aber bis dahin diskutieren wir drei, bestimmt noch zwei oder dreimal das Thema. Herzlichen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Und dann wissen wir vielleicht mehr. Dann haben die Sondierungsgespräche der CDU mit den Grünen stattgefunden, mit der SPD dann sowieso. Und wir sind ein Stückchen weiter. Wer weiß wohin. Vielleicht sitzen wir immer noch im Nebel. Bis dahin. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020